Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Wir schauen uns heute eine verlassene Fliegerschule an, die im Zweiten Weltkrieg existierte. Es ist hier gerade echt sehr windig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Die Gebäude wurden allerdings laut Internetrecherche schon im Ersten Weltkrieg erbaut. Aber mehr Infos dazu kommen jetzt noch im Video. Eine beeindruckende Landschaft mit verlassenen Gebäuden. Doch was steckt dahinter? Seit dem Ersten Weltkrieg besteht dieses Areal und wurde als Luftschiffhafen errichtet. 1933 wurde eine fliegertechnische Schule eingerichtet. Der Bau erfolgte unter strenger Geheimhaltung. Hier wurden Techniker und Ingenieure ausgebildet. In den folgenden Jahren entstanden die noch heute repräsentativen Gebäude. Von 1945 bis ca. 1992 wurde es von sowjetischen Luftstreitkräften genutzt. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das Heizhaus war das modernste seiner Art. Über mehrere Etagen begehbar. Befeuert wurde mit Steinkohle. Unter dem Heizhaus befindet sich ein großer Aschebunker. Auf der Suche nach dem Theatersaal begegneten wir vielen Details aus früheren Zeiten. Kommt mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Riesige Hallen hier. Typisch auch wieder diese Farbe. Dieses, ja, was ist das? Ein Gelbton? Du bist ja hier der Malermeister. Oh, das ist ein Auto. Hä? Geh mal rein da. Was ist das denn? Trabi oder was? Das ist ja geil. Ja, kurze Info. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich war 2017 schon mal hier. Und habe leider nicht gewusst, dass es hier noch einen richtig schönen Raum gibt. Aber was es sein wird, werden wir noch nicht verraten. Diejenigen, die es kennen, werden es wissen. Aber jetzt zeigen wir euch erst mal, wie Isi mit ihrem neuen Fahrzeug durch die Gegend fährt. Krass. Total ausgeschlachtet kann man jetzt auch nicht sagen. Das sind ja noch Sitze. Was machst du denn da? Sag mal. Das ist echt der, das ist schon Wahnsinn. Hätte ich jetzt hier nicht gedacht. Habe ich nicht erwartet. Cool, cool. Aber es riecht hier auch noch so richtig nach altem Auto, ne? Ah, der ist total ausgeschlachtet hier. Die Anschnaller sind noch drin. Das war es auch schon. Hier liegt eine Zeitung auf dem Boden von 1990. Ich habe vorhin bei der Autofahrt noch ein bisschen recherchiert. Und das Gelände soll seit 1996 verlassen stehen. Also auch schon etliche Jahre. Ich bin so gespannt, ne? Achso. Da gibt es wahrscheinlich noch einen Eingang in die Halle oder da vorne kann man auch reingucken. Da haben sie einen riesen Baumstamm vorgeknallt. Das ist, ja, da vorne vielleicht. Musst du uns den Hebel mal runter machen. Ja, mit Rucksack. Das ist ein kleiner Fruchtzweig heute. Ganz elegant. Ganz elegant, genau. Oh, ja, hier ist ja richtig cool. Ich muss erst mal klarkommen. Hier ist schon wieder ein Schuh. Könnte vielleicht auch so ein Arbeiter-Schuh oder so gewesen sein, ne? Ja, macht Sinn. Wer weiß. So. Ich weiß überhaupt nicht. Man sieht das auch gar nicht. Ja, oben. Hier oben sind Trichter. Aber ich sehe die auf meiner Kamera nicht. Es ist einfach so dunkel hier drin, ne? So. Irgendwelche Maschinen. Und da unten geht es auch richtig tief ab. Ja. Wahnsinn. Hier vorne steht noch so ein Teil vom Vogelkäfig. Hier. Oh, hast du mich gerade erschreckt. Sorry. Oh, der Boden sieht hier aber nicht mehr gut aus, ne? Nee. Lohnt sich das hier rein zu gehen? Ich spiele noch was auf russische Objekte hier. Ja, warte. Ich komm. Oh, hier sind noch so wie Werkbänke drinne. Und alte Bierflaschen. Und alte Bierflaschen. Import Holland. Wie alt das ist, weiß ich nicht. Ja, hier. Oh, die Tür. Hier fettes Schloss. Da auch nochmal ein Draht. Und hier steht was auf russisch. Das kann ich leider nicht mehr so gut lesen. So, jetzt können wir das nochmal ein bisschen besser zeigen. Dieses Ausmaß. Hier oben die Trichter. Ich hab jetzt nämlich mal die andere Lampe rausgeholt. Guck mal, hier geht's ja auch in den Keller rein, ne? Du, hier müssen wir vielleicht nachher mal runter. Aber hier sind so viele gefährliche Stellen. Ist da hinten noch was? Da hinten geht's immer. Da sind noch die große Rohre. Ich guck hier mal ran. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. So, ich leuchte. Sonst geh du mal gucken. Ob das Objekt der Begierde sich da unten befinden könnte. Aber das könnte ich mir jetzt hier nicht so vorstellen. Geht nicht weit. Hier ist so ein Platz zum Versammeln. Kleiner Pavillon mit Bänken. Da vorne steht ein Hydrant. Ja, eine riesige Halle halt. Hier steht schon das Wasser drin. Es tropft hier überall rein. Guck mal, da geht's auch noch. Nee. Guck mal, hier geht's durch. Ja, in die andere Hände. Guck mal, da geht's auch wieder raus. Es werde Licht. Okay. Müssen wir uns hier mal ein bisschen durchkrabbeln. Der grüne Raum. Alles grün gestrichen. Hier muss man echt aufpassen. Ich hoffe, wir kommen hier nachher vielleicht auch woanders wieder raus. Hier geht sogar eine Treppe hoch. Aber nicht von dem Raum aus. Man sieht sie nur. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich ist aus. Oh, voller. Glasscheiben. Wow. Heftig. Also, das ist sehr beeindruckend. Dieses Rohr da oben. Mega. Ja, hier kommt das nächste Stück Industrie. Da oben konnte man auch hochgehen. Ja, Wahnsinn. Ja, hier geht's hoch. Die Farben hier an den Treppenstufen. Ob die irgendwas zu bedeuten hatten. Achso, hier kann man auch nur. Hier geht's auch gar nicht großartig weiter. Hier ist halt irgendwie wie so ein Gitter. Den kann man nur von hier oben gucken, ne? Okay. Das ist aber nicht der Titanic-Song. Da ist sie. Die Kanzlerin. Okay. Okay, da gehen wir da gleich nochmal gucken. Ob das hier mal Heizkörper waren? Könnte durchaus sein. Endstation. Endstation, ja. Ja, zu. Also, Isi möchte unbedingt den Rest der Halle auch noch sehen. Ich denke, das ist eine Riesenmaschine oder so. Eine Riesenmaschine. Da ist der Transformer drin. Der Transformer des Weltkriegs. Mann, ey. Mit so einem dicken Rucksack ist natürlich geil. Ja. Jetzt sind wir hier. Ja. Ja, das ist doch noch ganz schön groß, ne? So viele Bereiche hier mit Scheiben. Das wäre bestimmt alles gar nicht mehr normgerecht heutzutage. Hier ist der Deckel. Und all der Topfdeckel oder so. Ah, geil. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Hier ist die Turnhalle. Das ist ja original. Welche Lampen? Oben. Ach, da ganz oben. Ja, warte. Aber weißt du, was mich in der Turnhalle haben die Lastenkranen gehabt? Aber die Akustik. Hörst du alleinsteilig Akustik? Ja. Kannst du hier hochgehen und dann kannst du von der Tribüne nach oben gucken? Ja. Gut, dann kann man mal gucken. Ja, auf jeden Fall. So, guck mal hier. Hier der Boden auch. Ja. Mega. Da kann man noch so ein bisschen die Sporthalle erkennen. Ich weiß doch, das muss ich jetzt, weil das von außen aus zu groß aus sah. Ja, stimmt. Ne? Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn hier. Ich dachte nicht, dass das hier die Turnhalle ist. Na gut, es wurde ja im Ersten Weltkrieg anders genutzt. Vielleicht ist das hier einfach die Nachnutzung im Zweiten Weltkrieg oder in den 90ern noch gewesen. So, hier wird es dunkel. Aber auch hier. Ja. Hier sind so Säulen. Hier, boah. Hey, hier kann es ja nicht mehr gehen. Na gut, da an der Seite vielleicht. Hier tropft das aus allen Ecken. Und der Boden sieht auch nicht mehr so gut aus. Huch, schnell mal weg hier. Kommen wir da denn noch raus? Ja, das Ganze nochmal von der anderen Seite. Da geht es auch nochmal hoch, aber so speziell ist es da oben, denke ich auch nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Ja, irgendwie sowjetische Gebäude, wahrscheinlich irgendwas. Sollen wir nicht da hinten wieder lang gehen? Den, den geben wir. Boah. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so hört jetzt. Das tropft hier alles. Ach, guck mal, das sieht hier aus wie so ein Empfangsbereich. Da unten ist so alles mit Stein verziert. Muss ja der, du, das war, ja, das ist so wie so ein Empfangsbereich gewesen, ne? Was hast du denn hier gefunden? Boah. Da ist ja sogar noch Wasser drin. Das ist ja toll. Planschbecken. Du, das ist hier dann für Kinder... Kinderplanschbecken. Ja. Ich meine, für damals war das hier alles Luxus, ne? Das hat alles viel Geld gekostet. Also diese typischen blauen Fliesen in den Schwimmbereichen. Oder im Duschbereich. Aber cool, dass die so einen kleinen Dingsbereich haben, ne? Also man wurde ein bisschen entspannt. Äh. Das Becken ist befüllt, ja. Und hier ein süßes kleines Fensterchen. Ach, was ist das denn? Sind das Toiletten? Oder was war das hier da? Ja, ja. Donnerbalken. Die Wände sind total toll. Becken muss ich gerne mal aufmachen. Machst du Foto? Äh, den gehen wir rein. Ne, Foto mache ich jetzt nicht. Oh, das war fürst du. Was da wo unten drinnen liegt, ne? Ne, weiß nicht, ja. So, das ist ein bisschen, äh, per Becken. Ja. Cool. Geil. Also seht ihr, deine Wände ist vorbei. Richtig, richtig nice. So, wo sind wir jetzt denn hergekommen? Ja. Ja, stimmt. Ja, das war wirklich die Sauna. Richtig oldschool hier. So ein Ofen, Ofen gebaut, Steine hier oben drauf. Oh, hier unten liegen auch noch Bierbüchsen drinne. Die könnten auch noch von früher sein. Schon wieder klettern, also das wird hier eine reine Kletteraktion. Aber ja, das Wetter ist bombastisch. Du kannst auch springen, aber nicht da ins Loch rein. Was ist hier so, genau. Super. Wahnsinn, die Bäume. Die sehen ja richtig toll aus. Und dahinter, Gebäude. Da, Gebäude. Alles voller Gebäude. Ist halt ein riesen Gelände. Du hast ja nur Ohren rausgehört, damit ich was höre. Na ja, ich zeige es mal kurz für alle. Ich habe noch Hoffnung, dass wir von hier vorne vielleicht da reinkommen, weil das ist ja interessant. Okay. Ja, also. Ich hoffe, wir kommen ins Hauptgebäude rein. Ja. Das ist das Wichtigste. Jetzt kommt wieder der Wind. Ein Gebäude auf diesem Gelände. Das ist einfach riesig. Mega. Also ich bin mal wieder sehr überwältigt heute. So, jetzt kommen wir hier auf diese tolle Steintreppe zu, die wir schon von Weitem gesehen haben. Wahnsinn. Und dann, vor allen Dingen da oben, dann auch noch mit dieser Eingangstür. So, das ist jetzt dieses graue Gebäude von der Stirnseite aus. So gläserne, ähm, na, gläserne, ähm, na, gläserne, ja, ist das Treppenhaus oder was? Ja, da müssen wir mal reinleuchten, ne? So, das sieht schon auch gut aus, ne? Ja, keine Ahnung, was das mal gewesen ist. Ja, das ist da drüben, ja, das ist auch ein Riesengebäude. Da will ich hin, in dieses runde Gebäude. Ja, also hier hinter mir alles voll. Ja, mega. Hier nochmal, ähm, ja, ein richtig schönes Foyer. Oder, ne, Foyer kann man es jetzt vielleicht auch nicht nennen, aber ein Eingang. So, easy ist jetzt, andere Seite, Keller runter. Ich gehe links, sie geht rechts. Oh, das ist ja richtig dicke Spinne gerade gewesen. Ja, heftig hier die Keller. Räume, die sind schon echt groß. Oh, da ist sie. Da war nix. Ja, ich bin links und du rechts. Ja, hier überall noch russische. Schriften. Oh, hier gibt es, glaube ich, da kann es auch wieder rausgehen. Guckt euch mal diese Wand hier an. Richtig cool. Also, wir haben es ins Gebäude geschafft. Hier geht es auf jeden Fall, ey, krass, das erkennt man noch ein bisschen. Hier waren mal Zeichnungen dran. Guck mal, da sind Menschen drauf. Guck mal, hier geht es rum. Das sind hier riesige Gänge. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn gerade mehr. Ah, da ist das schöne Bild da hinten. Oh, Wahnsinn. Genau das wollte ich auch noch sehen. Hier ist natürlich wieder alles, alles nass hier. Oh, aber wie? Ich muss ja gleich mal Schuhe putzen. Ja, richtig gut. Äh, außer die 40 hier. Wow. Aber das ist noch von früher, ne? So, ich muss mal hier oben kurz, ich weiß nicht, ob man die Tropfen da an der Decke sieht. So, hier ist die Eingangshalle, hier geht es hoch. Ich weiß nicht, wo Isi ist, die habe ich jetzt irgendwie verloren. Aber die wird hier schon irgendwo rumschwirren. Oh, meine Taschen haben es gerade so heiß. Ja, mächtig, gewaltig. Da oben kommt auch schon die Decke ein bisschen runter. Ich weiß auch nicht, wo sie hier rumschwirrt. Ja, hier die Treppe nach oben. Letztes Stockwerk. Wahnsinn. Was für eine Ruhe hier. Hier sieht stabil aus. Und es tropft halt hier auch irgendwie gefühlt überall. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch einen Dachboden noch gab. Es kommen hier noch dunkle Gänge. Da ist sie ja. Hab ich mich gerade erschreckt. Da war ich noch nicht. Ach so, ja. Aber diese Durchbrüche hier kenne ich. Als ich schon mal hier war, war das auch in irgendeinem Gebäude. Ja, weiß ich nicht. Was die hier mal gelagert haben oder so. Hier kannst du gut durchgucken. Schon die ganzen Dachfahnen abgefallen. Aber ich kann mich an diesen Dachboden erinnern. Ich muss noch mal meine alten Videos sichten. Das ist schon echt Wahnsinn, wie riesig das hier alles ist. Da ist so ein, ja was ist das überhaupt? Wie so eine Antenne oder sowas? Das ist ein Gewitterabweißer. Blitzableiter, das weiß ich nicht. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Da habe ich echt nicht so die Ahnung von. Wir haben hier noch so ein paar Konserven gefunden. Oder eine. Auf jeden Fall irgendwas Russisches. Keine Ahnung, was da mal, oder was da drin ist. Auf jeden Fall ist die, die ist noch zu. Einen Dosenöffner haben wir nicht. Ach nee, die ist offen. Von unten ist sie offen. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Keller unterwegs. Guck mal, hier ist eine Treppe hoch. Da werden wir gleich mal wieder flüchten. So Leute, jetzt haben wir das Objekt der Begierde gefunden. Es wird mega. Ich verspreche es euch. Also hier muss ich erst mal volle Kanne aufdrehen. Ich hoffe, dass man ein bisschen was erkennt. Also da ist die Bühne. Und ich gehe jetzt mal auf die Bühne rauf. Wenn das hier noch alles ein bisschen hält. Sieht aber gut aus. So. Und jetzt da vorne. Da. Die Theaterstühle. Mit Nummern. Und da oben ist noch so. Ich denke mal, da konnte man auch rauf gehen vielleicht. Das ist echt der Wahnsinn. Gut, dass ich meine Taschenlampe mit habe. Hier unten, die meisten Stühle sind schon total umgefallen. Ich weiß nicht, ob das hier durch die Feuchtigkeit kommt. Ich hoffe einfach nur, dass man das auf der Videoaufnahme nachher noch richtig schön erkennen kann. Also das ist echt genau das, was ich hier sehen wollte. Sehr beeindruckend. Ja, hier nochmal ein paar Detailaufnahmen vom Dichten. Jetzt ist mir gerade richtig schön Wassertropfen hinten in meinen Nacken rein. Da hinten ist die Bühne, wo wir gerade standen. Das ist schon richtig heftig kaputt. Die ganzen Stühle liegen schon flach. Oh, die Treppe, die ist ja mega. Das ist auf jeden Fall klasse. Ach ja, da konnte man hochgehen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, wie ich vorhin schon vermutet hatte. Jetzt bin ich hier hinter der letzten Reihe. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt mal umschalte. Das erkennt man schlecht. Komplett ausleuchten ist schon besser. Oh Gott, dass wir hier irgendwie vorbeikommen. Ja, und dann konnte man hier auf diesen Abstellteilen alles abstellen. Auch schon wieder total logisch. Ich weiß gar nicht, wo Isi jetzt ist. Und hier ist der Mittelgang. Das kriegt man leider überhaupt nicht gut drauf hier mit dem Licht. Da oben glitzern die ganzen Regentropfen. Ich weiß nicht, ob das da hinten Vorhänge sind. Gut, dann werden wir mal weiter. Ja, jetzt habe ich mich mal hier noch mal kurz vor das Fenster gestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Hier ist schon vorbereitet. Deine Schuhe. Die filme ich gerade. Du musst mir... Hau mal nicht ab. Du musst mir helfen. Alter, pass auf. Achso, jetzt ist es ab. Da war... Wie soll ich denn hier rauskommen? Der... Der... Der Reifen ist total kacke hier. Warte, ich kriege das schon... Das sieht aus wie kacke. Durchfall. Vor allem, ich habe Handschuhe mit. Und ja, benutze sie nicht. So Leute, jetzt haben wir das Objekt der Gebärde. Abonnieren nicht vergessen. Däumchen nach oben und die Glocke drücken, um nichts mehr zu verpassen.